Ich habe gedacht, wenn ich mich schreibend verschenke, entflieh ich dem Teufelskreis der Erinnerung. Schreibend bin ich tiefer ins Erinnern hineingeraten, als mir lieb ist. Schnee ist das erste, woran ich mich erinnere. Verschneiert liegt rings die ganze Welt. Ich habe nichts, was mich freut. Verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreuert. Der Wind nur geht bei stiller Nacht und redet wie im Traume. Es schneit so oft in den Ort hinein. Danach gewinnt der Schneefall an Stärke. Es ist so oft Winter in meinem Kopf. Es schneit so häufig, dass ich denke, in meinen Kinderheimjahren hat es nur Schnee und Winter, Frost und Eiseskälte gegeben. Ich sehe mich eingemummelt. Frost und Rotz klebt an der Nase. Ich bin das ewige Winterkind unter Winterkindern beim täglichen Schneemannbauen. Es ist früh dunkel. Die Nacht hält lange aus. Die Sonne steigt nicht über den Horizont. Es schneit auf allen meinen Wegen. Aus Schnee besteht der Sommer. Schnee ist ja nur ein anderer Name für die Sonne. Es ist November. Es ist Februar. Ich sitze in einem großräumigen Automobil einer schwarzen Limousine. Ich bin vier Jahre jung und in diesem riesigen Automobil. Schneeweiß ist die Landschaft, die ich in Erinnerung habe. Der Fahrer ist ein dunkler Schattenriss. Es ist der Tag, den ich als ersten Tag meines Lebens erinnere. Ein tiefgrauer Tag, der morgens rötlich aufzog und schön zu werden schien, sich danach aber verdunkelte. Ein Tag, der sich hinter einer Wolkendecke verkriecht, sich den Tag über als Tag nicht sehen lassen mag und dem Schnee das Tauren überlässt, der aus diesem grauen Himmel wie aus einer alten Pferdedecke geklopfter Staub umherwirbelt. Wie beim Hasen, der bei seinem Lauf über den Acker den Igel nicht davonlaufen kann, ruft der Schnee mir zu, bin schon da. Ach, bitterer Winter, wie bist du kalt. Hast entlaubet den grünen Wald, hast verblüht die Blümelein, die bunten Blümelein, sind worden fahl. Entflogen ist uns die Nachtigall, entflogen wird sie je wieder singen. In der vergangenen Woche starb in Schwerin die fünf Jahre alte Lea-Sophie. Ihre Eltern hatten sie verhungern lassen. Eine Woche vor ihrem Tod hatte der zuständige Sozialarbeiter nicht darauf bestanden, das Kind zu sehen, gegen das Jugendamt laufen, anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung. Ich befinde mich auf dem Weg zu einem Kinderheim. Ich habe gar keine Ahnung, wohin es mit mir geht. Ich weiß nicht, was mich am Ende der Fahrt erwartet. Ich sitze in einer Limousine. Der Frühnebel beherrscht die Landschaft. Im Nebel löst sich der ruhende Ackerstein auf. Im Nebel erscheinen all die Dinge in der Natur wie in eine milchige Glasschale hineingelegt. Im Nebel wird das Schwere leichter. Die Welt ist mir näher als unter der Sonnenbestrahlung. Das planliegende, nur zu ahnende, weite Feld tritt geballt aus der Nebelmasse hervor, um sich betrachten zu lassen und wieder zu verschwinden.